23 Die Bedeutung des Goldopfers bei der Anbetung des weisen Tieres Jes. 60,3-22, Jes. 18,7 und Sah. 14,16-18 Missdeutend richtet das Tier ein System einer weltweiten Pilgerschaft aller Nichtjuden zum Tempel Babylon Jerusalems ein, wobei die große Hure alle Menschen dazu verführt, den Antichristus als ihren messianischen Gott anzubeten, indem sie sie mit dem magischen Wein ihres Hauses berauscht. Die Kinder dieser Stadt sind die in ihr lebenden Einwohner. Die in Jerusalem hineinkommenden Gold-, Silber- und Edelsteingaben der Völker ersetzen das im Tempel dargebrachte tägliche Speiseopfer. Sie sind ein Teil der Anbetung des Tieres in seinem sprechenden Bild, in dem gemäß Sah. 13,2 der Geist der satanischen Bemakelung wohnt. Dieses Götzenbild stellt eine Analogie zum goldenen Kalb der Anbetung des Venus-Luzifers dar, denn zum satanischen Kult des falschen Jahwe und seines Morgensterns gehörte das persönliche Goldopfer für den vermeintlichen Stiergott Israels . Siehe hierzu auch den inhaltlichen 2.Mose 32,24 Offenbarung 13,15 in der Schlachterübersetzung Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. 2.Mose 32,24 Da fragte ich sie, wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir, und ich warf es ins Feuer, und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. Dass die Gabe von Gold zur Anbetung des Gesalbten gehört, sieht man auch daran, dass die als Magier der bezeichneten politischen Machthaber des Orients dem Jesuskind Gold darbrachten, als sie zu ihm pilgerten, um sich vor ihm, dem lebenden Tempel Gottes, im Haus niederzuwerfen. Matthäus 2,10 und 11 Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Möhre. Die endzeitliche Wallfahrt der Menschenmassen zum irdischen Jerusalemer Tempel, also zum vergoldeten Haus des Anti-Messias , ist eine diabolische Fälschung der das Millennium und der himmlischen Brautstadt betreffenden Wahrheit Gottes. Juden werden durch Zeichen, Wunder und durch die scheinbare Erfüllung alttestamentlicher und rabbinischer Prophetie verführt. Nichtjuden werden durch die große Weisheit des Antichristus, also durch Wissenschafts- und Technologiegläubigkeit geistig benebelt. Siehe hierzu die auf Salomo hindeutende Weisheit in Offb. 13,18 Hezekiel 28,3 und 4 Siehe, du bist weiser als Daniel. Nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. 1.Korintherbrief 1,22 Und weil denn Juden zeichnet Griechen fordern und Griechen Weisheit suchen.